Blutkiste, nö, hier ist ja bestimmt noch mehr dran. Siehst du wieviel Goldrussung ich anhabe? Was muss hier denn so viel Lava sein? Die wird eigentlich nur eine Gäste. Sag mal, macht ihr damit was? Cool. Ich könnte euch aber auch einfach töten, ne? So, was habe ich bekommen? Fire Charges. Ein Load Stone, den nehme ich auf jeden Fall mit. 70, 200, minus 290. Gute Rettungsaktion, für Spaß. Ich muss ja auch die Kiste unbedingt öffnen, ohne den Gold zu geben. So, mal gucken ob wir es hinkriegen. So. Achso, ich wollte schon gerade sagen. So bin ich nicht gespannt. Ähm. Ja, wir sind hier in die Richtung Simia auf jeden Fall. Kann jetzt auf jeden Fall laufen. Machst du dich ab mit deinem Commission Crossbow. Ich will dich nicht sehen. Ich will dich nicht sehen. So, warte mal. So, dann in die Richtung. Ganz einfach. Ich glaube das war das so in die Richtung. Ich glaube ich brauche mich das nächste Mal ein, wenn ich in die Kiste gucken will. Also sowieso wie ich das erste mal gemacht habe, so vorsichtig. Ja, es ist in die Richtung. Also ich bin jetzt gleich da. Willst du mich jetzt veräppeln? Kann ich mich angreifen? Ich hab doch mich nicht zu wehren. Ich hab doch mich nicht zu wehren. Also ich hab ja nichts mich um mich zu wehren, sagen wir es mal so. So, jetzt bin ich schon mal hierher angekommen, aber ich hab trotzdem keinen Plan wo ich hin muss. Gut, ich würde sagen, ja es gibt halt irgendwo mal so einen Punkt wo man so nervige Sachen überspringen sollte. Der ist jetzt angekommen. Deshalb sehen wir uns gleich. Warte mal, muss ich hier in die Richtung. Gleich glaube ich wieder. So, ich bin auf jeden Fall zurück. Ich hab so fast das Wichtigste eingesammelt. Mein Tierschwert ist da. Worum ich die Enderbellen hab. Äh, hier gibt es noch ein bisschen Rüstung. Das Goldschwert kann weg. Jetzt muss ich erstmal gucken, ob ich mein Essen eingesammelt habe. Äh, bestimmt nicht. Könnte ich mit wetten, ich sehe es nämlich nicht. Ich glaub mein Essen ist weg. Hat sich wahrscheinlich irgendwo verabschiedet. Dann hätte ich gesagt, ich hab, hab ich den Loadstone hab ich. Jawohl, das Wichtigste hab ich. Schuhe hab ich an. Warte mal, ich will nicht die mit Soul Speed haben. So, will ich die hier haben. Was ist das hier für ein Trank? Fire Resistance. Der bringt mir nicht so viel. Da ich ja jetzt nix zu essen habe. Muss ich gucken, wie ich hier sicher rauskomme. Ich weiß nicht, ob es die Ender Pelle tut. Aber diesmal bin ich bei 50 minus 200. So, das kriegen wir noch gelaufen. Da haben wir bestimmt gleich 10 Tote hier in der Welt. Das ist wunderbar. Das ist, weil man sich keine Rüstung macht. Nicht mal mehr eine Eisenrüstung. Laufen wir jetzt den ganzen Weg wieder erneut. Weil es so schön war. Machen wir es nochmal. Wir hätten einfach nicht da reingehen sollen. Mach dich ab. Noch ein Gas, noch ein Gas. Mal gucken, kriegen wir vielleicht eine Gasträder wenigstens. Kriegen wir wenigstens eine Träne. Ich hätte mir jetzt erst mit dem König Depp. So, hier sind wir jetzt gleich irgendwo gestorben. Genau hier ist das. Ja, die brauche ich nicht. Die kann da bleiben. So, dann haben wir eins. Dann haben wir wenigstens unsere guten Sachen. So, und da haben wir jetzt kein Essen haben. Gehen wir erstmal aus der Hölle raus. Und holen uns was zu essen. So, und da haben wir jetzt kein Essen haben. Gehen wir erstmal aus der Hölle raus. Und holen uns was zu essen. So, dann haben wir jetzt noch ein bisschen Erfahrung sammeln. Äh, jetzt muss ich kurz überlegen. Ich muss hier in die Richtung. Die Hölle eignet sich nicht zum Erfahrung sammeln. Ich habe jetzt ein bisschen Quarz. Nur zum Obsidian-Farmen. Das Problem ist, ich bin zu risky. Und ja, da sieht man nämlich hier schon mal. Also hat man gerade bei dem Sprung gesehen. Ich jump da einfach runter, ohne dass mich das irgendwas interessiert. Guck mal, ich habe doch meinen Steaks. Warum habe ich die hier nicht gesehen? Aber ich habe trotzdem gerade die Nase voll vom Nähter. Das ist mir jetzt gerade ein Ticken zu viel. Ohne Rüstung geht gar nichts. Auch mein neuer Eisenkohle. Da machen wir jetzt, weil es so schön ist. Nehmen wir das rohe Fleisch. Und schmeiß das weg. Und drücken. Warte mal, drücken mit. Komm mit. So, komm her. Mach dein kleines Hunde-Baby-Line. Hallo. Du sollst dich nicht. Naja egal, ich kann immer noch die Kiste öffnen. Gut, dann tun wir mal. Was haben wir denn hier? Dark... Ach Dark O'clock. Ja, das ist kein Nederzeug. Nederbrick da den Lodestone. Absidien tun wir mal hier rein. Die Ender-Perlen werfen wir mal zum wichtigen hin. Soul Speed 2, Soul Speed 3. Äh, das tun wir mal hier zu den Neder-Sachen. Das, 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 das. Die Knollenblöcke auch mal. Die Schaube, die bald ich mir mal hier in Vitalleiste. So. Die Magma ist auch. Die Magma ist auch. Der Pilz auch. Der ist also nicht. Das Essen kommt hier hin. Und das Gravel kommt hier hin. Ne, kommt das hier zur Erde. Habe ich wenigstens 40 Stück. Wo ich die auch immer her. Ähm, ja. So. So, wenigstens jetzt wieder 6 Level. 7 Level. Jetzt noch da 5, 6. Schmeiß ich die mal hier rein. Könnt ihr auch nochmal durchgehen. Also, ich glaube, dass die im normalen Ofen. Ne, im normalen Ofen. Gelb wollte ich eingeben. Äh, doch mehr Erfahrung geben. Ja. 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 Ja.